Also wie gesagt, ich finde das klar, habe ich vorher gesagt, wie es gemacht werden soll, aber wenn halt irgendwas nicht stimmt und man kann da einfach drüber reden, kein Ding. Solange man mir dann, oh ja, der Fußboden, ich erinnere mich, solange man mir dann nicht dumm kommt, ist alles in Ordnung. Essen ist im Ofen, ne? Mhm, wurde ich gleich. War es gut? Ich habe es nicht gegessen. So schlecht? Ich habe halt vorher die Soße probiert und die fand, also die war nicht schlecht, aber ich mag diese Art von Soße einfach nicht. Oh, hast du gegessen? Ich habe Baguette gegessen. Das Ganze? Nein, das halbe. Das andere ist noch da für dich. Also du hast prinzipiell jetzt einen ganzen Auflauf und ein halbes Baguette nur für dich. Bitte ess nicht alles davon, sonst muss ich dich rausrollen. Kein Feuerbergast. Ich habe halt beim Abschmecken schon gemerkt, dass ich diese Art von Soße einfach nicht mag. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht, damit du was zu essen hast. Ich denke, dir schmeckt es. Mir hat es nur nicht geschmeckt. Aber was soll ich jetzt kein Essen machen, weil es mir nicht schmeckt und dann hast du nichts. Ich habe Wohne essen können. Nein. Deswegen habe ich für dich gekocht, damit du Essen hast. Wenn wenigstens einer von uns warm essen kann. So. Hi, na? So weit wollte ich eigentlich gar nicht latschen. Ich wollte eigentlich erst den Öffner holen, aber okay. Wir probieren aktuell wieder so ein paar neue Gerichte aus. Und dass halt nicht alles davon super gut schmeckt, ist ja auch normal. Dass manches einfach nicht... Ach ja. Ali. I remember. Dass manches einfach nicht so dem Geschmack entspricht. Aber Jan ist da halt sehr viel flexibler als ich. Also Jan isst sehr viel mehr verschiedene Sachen. Und nur weil ich dann was nicht mag oder beim Kochen halt schon merke, dass es nicht mein Geschmack ist, reich ich es ja nicht ab. Wie egoistisch wäre das? Nein, mir schmeckt das nicht. Du darfst es jetzt auch nicht essen. Und daher gesehen. Aber ja, der Boden in diesem Gebäude ist schon... Ich glaube, der Boden selbst wäre nicht so anstrengend, wenn es eine andere Farbe wäre. Wäre das Dunkelblau, wäre es wesentlich angenehmer für die Augen als dieses Pissgelb. Aber gut, ganzer Fronia hat ja die Farbe. Vorgehensweise im Silph-Gebäude ist eigentlich recht simpel. Man schnappt sich nämlich erst den Türöffner, damit man auch wirklich alle Türen aufmachen kann. Beim Erkunden. Dann schaltet man die Ebene mit der Heildame frei, damit man auch jederzeit zum Heilen kann. Und dann fängt man unten an, alles zu erkunden. Ohne Teleporter. Die sind nämlich einfach nur verwirrend und unnötig, bis auf einen einzigen, der dich später weiterbringt. Aber den nimmst du sowieso erst ganz zum Schluss. Fun fact, ich hatte früher ein Lösungsheft zur ersten Gen. Und habe da halt auch ein bisschen was mitgemacht im Silph-Gebäude. Da waren aber irgendwie die Etagen anders beschriftet, als sie eigentlich sind. Und deswegen bin ich mir bis heute unsicher, ob der Türöffner in 4 oder 5 liegt. Ich hätte jetzt 4 gesagt. Weil das Lösungsheft nämlich was anderes gesagt hat, als das Spiel. Und mich das als Kind so geprägt hat, dass ich bis heute nicht genau weiß, wo der liegt. Ich hätte jetzt auch 4 gesagt. Kann es sein, dass das Lösungsheft einfach eine schlechte Übersetzung hatte? First floor. Und first floor dann? Ich glaube ja. So gemacht man als quasi erstes Stock. Weil ich meine, im Lösungsheft stand halt wirklich fünfte Etage. Aber es ist eigentlich laut der hier die vierte. Weil es ja im englischsprachigen wäre das ja der first floor. Dann wäre das zwei, drei, vier und dann wäre das eben fünf. Und das hat mich als Kind irgendwie kolossal verwirrt. Sieht aber eigentlich lecker aus, was ich da gemacht habe. Willst du es mal fertig probieren? Ich weiß nicht. Vielleicht schmeckt dir das ja dann doch in der Kombination. Mal gucken. Esst du das erstmal? Ich bin ja vor, Kosta. Richtig. So. Also ich finde das lecker. Als ob du ja schon so schnell was davon gegessen hast. So, da muss ich durch. Ich habe übrigens, bevor jemand fragt, das ist ein Auflauf mit Gnocchi. Dann sind da Paprika und Pilze drin. Dann ist da so eine Tomaten-Gemüsebrühe-Sahnesoße. Mit Hack. Und dann ist es mit Käse überbacken. Das klingt sehr skurril. Eigentlich ursprünglich laut dem Rezept waren, glaube ich, Paprika und Zucchini drin. Aber ich stehe nicht so auf Zucchini, deswegen habe ich Pilze reingetan statt Zucchini. Ihr habt so geiles Essen. Wir sind einfach nur experimentierfreudig. Du hattest mich schon bei Auflauf. Ja, Auflauf ist halt schon immer ganz nett. Also ich finde, es könnte dir vielleicht schmecken. Muss ich das jetzt live im Stream essen? Ja. Probiere dein eigenes Essen. Warte. Lass mich eben mich hier hinstellen. Boah, es riecht total. Es riecht total die Paprika irgendwie. Mhm. Ist das noch halbwegs warm? Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Wie unprofessionell. Social Eating. Erst mal mein eigenes Essen im Stream essen. Wobei das schon sehr matschig aussieht. Oh, okay. War halt noch sehr flüssig. Ja. Nicht so deins. Lässt sich essen. Aber ich habe schon geileres gegessen. Na gut. So. Foodbewertung vorbei. Das Problem ist halt einfach, ich war schon von vornherein ein bisschen skeptisch bei dem Essen. Weil ich mag Hackfleisch in Form von Frikadellen oder so. Und in Bolognese. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn Hackfleisch irgendwie in Aufläufen oder so ist. Irgendwie ist das dann immer nicht so mein Fall. Aber es geht. Wo war jetzt die Heil-Tante? Acht. Acht? Aber lass es dir schmecken. Mhm. Wir haben nur keine Kräuterbutter mehr für das Brot. Ja, ist gut vernichtet. Es war nicht mehr viel drin, okay. Oh, hi. Ich weiß auch nicht, wieso ich da so empfindlich bin. Also Hackfleisch in Bolognese ist kein Ding. Aber Hackfleisch in allen anderen Soßen finde ich eklig. Also wenn dann so Hähnchenfleisch oder so drin ist, kein Ding. Aber ich weiß nicht. Ist irgendwie nicht so. Und das ist jetzt so eine Soße. Da ist zum einen halt Hack und Zwiebel. Okay. Und dann ist da halt Tomatenmark drin. Dann so diese Gemüsebrühe halt gemacht. Und Sahne und ein bisschen Milch. Ich weiß, es ist mir irgendwie zu sahnig schon fast. Äh, Traumato. So. Ich liebe Aufläufe ohne Fleisch. Das soll wohl sein. Also ich bin immer noch Nudelauflauf mit am geilsten. Aber ich bin ja auch ein bisschen seltsam. Ich mag ja eigentlich so kein Käse. Also Käse auf Brot. No, no, no. Also irgendwie so gar nicht. Finde ich, weiß ich nicht. Eklig. Käse auf Pizza. Oder Dinge, die überbacken sind. Kein Ding. Gerne. Aber nicht auf meinem Brot. Aber dein Käsesstückchen naschen, ne? Das geht auch wieder, aber nicht auf meinem Brot. Eee, so. Einmal durch wechseln. Und dann ist Ali, der ist gleich eine Lasagne ohne Käse. Ja. Reden wir nicht darüber. Ach ja, ich erinnere mich. Der Hornbohrer. Was? Weil es dir kein Hornbohrer. Okay. Hast du noch ein gutes X-Treffer dafür? Weiß nicht. Ne, ich hab alles abgelegt. Muss Alex noch seinen Surfer geben. Na, Steve? Hast du dich auch hierher verirrt? Ich hab aber leider kein Glurak dabei. Ich hoffe, das kannst du mir verzeihen. Eee, wo ist denn mein Surfer da? Und jetzt ist der Plot-Twist. Alex kann keinen Surfer lernen. Ach ja, Gracie ja auch. Also ich hätte mehr Vertrauen auf Dragoneer zu surfen, als auf Fleckmon. Mach Fleckmon. 3 Stunden 34 noch. Äh, da war halt auch Psychogenese. Packen müssen wir da mit hin. So, bin ich jetzt hier richtig? Bingo! Warum mal Bingo? Ah ja. Aber das Gute ist, ich kann nach dem Stream noch Nachtisch essen, weil ich nämlich nach dem Essen keinen Nachtisch hatte. Also Plan war eigentlich, dieses Mittagessen zu essen, was ich gekocht hab, und dann Nachtisch. Der eigentliche, oder die eigentliche Realität war, ich habe Baguette gegessen mit Kräuterbutter, weil mir das Essen nicht geschmeckt hab, und habe danach keinen Nachtisch gegessen, weil ich im Wohnzimmer bei Akechi saß und geguckt hab, ob er auch ordnungsgemäß seinen Salat isst. Und dann war Streamzeit. Hm. Braucht halt wieder einen entspannten Stream zum Ausruhen. Naja. Ich sag mal so. Ich würde jetzt... Wenn ich nicht gerade Nier Automata streame, würde ich behaupten, dass die meisten Streams halbwegs entspannt sind, weil ich ja eigentlich nie so viel rumschreie. Aber gut, sowas wie Zelda ist natürlich nochmal ein bisschen actiongeladener als Pokémon zum Beispiel. Pokémon kannst du einfach im Hintergrund rumdümpeln lassen, da verpasst du sowieso nichts. Dann hoffe ich, dass du dich auf jeden Fall ein bisschen ausruhen kannst. Wieso habe ich Ali eigentlich immer noch vorne? Der hat da nichts mehr zu suchen. Was? Nervige Telekom-Olle am Telefon? Wollte sie dir was andrehen? Ja. Ja gut, Nier ist ja sowieso durch. Steve. Wir haben ja aktuell noch Captain Toad und Zelda. Die sind ja auch eigentlich, ne? Jetzt nicht so actiongeladen, aber Pokémon ist schon auch mal was anderes. Was hast du jetzt eigentlich gemacht? In der Küche? Nachschlag geholt. War dein Teller schon leer? Ja. Als ob! Als ob du den Teller so schnell leer gegessen hast. Ich habe gerade rüber geguckt, ob vor zwei Sekunden, da war der Teller noch voll. Der kann doch jetzt schon nicht mehr leer gewesen sein. Wärst du, hätte ich nicht gemerkt, dass du aufgestanden wärst, hätte ich geglaubt, das wäre immer noch dein erster Teller so voll, wie der jetzt wieder ist. Reden wir übrigens nicht darüber, dass ich hier in einem mehrsteckigen Gebäude bin und Schaufler eingesetzt habe. Musste auch mal sein. Jan isst halbwegs schnell, das stimmt. Aber ist ja schön, wenn es ihm schmeckt. Würdest du das nochmal essen? Ich würde dir das nochmal essen, was du nicht isst. Oh. Ich kann kochen. Den Rest, wenn ich mir morgen verarbeiten möchte. Ja gut, ich habe halt jetzt logischerweise viel zu viel gemacht. Hm. Weil Jan hat heute auch lang gearbeitet, also kann der auch Hunger haben und ordentlich reinhauen. Ich finde das übrigens faszinierend, dass sich irgendwer dachte, okay, wir fließen jetzt den Boden hier einfach mal weiß-gelb. Und was machen wir zum krönenden Abschluss? Richtig, wir kaufen uns gelbe Tische. Naja, du spielst ja auch die gelbe Edition. Gott sei Dank ist nicht jede Stadt so gelb. Also ich möchte mir keinen gelben Tisch kaufen. Ich habe eine türkisfarbene Couch, das ist ziemlich geil. Aber du hast keinen türkisfarbenen Boden dazu. Nein. Aber ich finde auch immer noch, es gibt so Töne, die kannst du großflächig benutzen. Ich finde, viele Blautöne kann man halt echt gut großflächig auch anwenden. Aber so Signalfarben wie Gelb, da muss man echt aufpassen. Für mich zumindest. Omat kommt hin. Was passt gut zu Gelb? Gelb. Gelb ist allgemein eine schwierige Farbe, die würde ich halt auch immer nur nehmen, um Akzente zu setzen. Und wo man BVB fällst. Und halt auch immer eher so ein bisschen Pastellgelb. Also nicht dieses knallige BVB-Sonnengelb. Uff. Big Uff. Aber das ist halt auch immer Geschmackssache. Allerdings, wenn man bei mir Visitenkarten oder so in Auftrag gibt auf der Arbeit, der wird vermutlich keine komplett knallgelben Karten von mir bekommen. Weil jeder ja nochmal so ein bisschen was Eigenes mit einfließen lässt. Also ich meine, klar, man richtet sich so ein bisschen nach den Kunden und so, aber jeder hat ja auch seinen eigenen Stil beim Designen. Bei mir ist halt viel auch blau. Wenn es geht. Also wenn Leute mir keine Farbe vorgeben, dann ist es immer blau. Ich hatte allerdings auch mal jemanden, der wollte knallorangefarbene Visitenkarten. Fand ich nicht so witzig, aber... Ich habe da das Orange noch so gut es ging ins Pastell geschoben, damit es nicht ganz so in den Augen brennt. So wie jetzt zum Beispiel im Streamlayout. Da ist ja auch, da wo die Resubs stehen, da unten das Türkis. Und dann ist ja so ein bisschen Orange noch mit bei. Sieht für mich schon fast gelb aus. So Fanta-Fanäßig. Nee, nee. Fanta-Mandarine. Ja, Mandarine. Das ist so Pastell-Orange, weil ich einfach finde, dass blau oder auch türkis, da passt halt dieses Orange gut zu. Ich meine, das ist ja auch ein Komplementärkontrast. Aber ich finde halt auch allgemein zu türkis oder blau passt halt so ein Pastellartiges Orange eigentlich immer ganz gut in kleinen Mengen. Und bei dem 16 zu 9 Layout, was ich habe, sieht man ja auch ein bisschen mehr davon. Da geht das ja quasi einmal unten komplett entlang. Hier ist ja echt nicht viel von den Balken zu sehen. Ja, das ist schön. Wenn man halt eine knallige Farbe haben möchte, ist ja okay, aber man muss halt echt aufpassen damit. Wenn mir halt jemand eine Visitenkarte geben würde oder einen Flyer und der ist knallorange oder knallgelb oder auch knallrot. Und ich weiß nicht, ich finde, das sieht in so großflächig immer so ein bisschen billig aus, weil ich mit diesen, das klingt vielleicht gemein, aber mit diesen Flyern, die einfach so knallig sind und überladen und große Schrift und rote Pfeile und so, da verbinde ich immer irgendwelche dumme, billige Werbung mit, die sowieso im Mülleimer landet. Dementsprechend muss man da halt echt aufpassen. Also bunt, ja, klar, auch knallige Farben, aber man muss das halt immer in Relation sehen. Genauso schlimm finde ich aber auch Leute, die Visitenkarten oder Flyer oder so haben wollen und dann komplett weiß. Ja, ich hätte gern komplett weiß mit Schrift. Das spricht doch auch überhaupt nicht an. Wenn man halt wirklich irgendwie einen Flyer bekommt und da ist ein cooles Design drauf, dann guckt man vielleicht auch nochmal drauf. Weil es ist nun mal so, klar, guckt man auch auf den Inhalt, aber das allererste, was man wahrnimmt, unterbewusst, ist das Design. Du siehst diesen Flyer und das erste, was du wahrnimmst, sind so ein bisschen die Farben und so. Und dann auf den zweiten Blick siehst du die Headline und worum es geht. Wenn aber das Design halt schon richtig schrottig ist, dann schmeißt du den auch automatisch weg. Dementsprechend, wenn es halt so komplett überladen ist und öh, ist natürlich nicht gut. Im Gegenzug dazu aber komplett weiß, sieht halt auch immer billig aus. Also ich habe in der Uni schon gelernt, nie 100% weiß nehmen. Immer eine minimal andere Farbe und wenn es auch nur minimal ins Gräuliche reingeht und halt natürlich nie komplett einfarbig. Weil einfarbig weiß mit Text drauf sieht aus wie entweder ein Arztdokument oder ein Schuldokument oder so. Ist auf jeden Fall nicht ansprechend. Seht euch vor, ich hätte jetzt als Streamlayout auch einfach nur einmal komplett weiß und irgendwo hängt dann das Spiel. Ich meine, man muss ja kein Layout machen. Man kann ja auch einfach alles füllen, dann hat man ja nichts mehr. Ich habe ja jetzt auch kein Layout, was irgendwie super, super unendlich aufwendig ist, aber so ein bisschen was. Hintergrund ist halt das dunkle Blau, was, wenn man aufs Spiel achtet, eigentlich gar nicht auffällt, weil es halt einfach eine recht gedeckte Farbe ist. Aber trotzdem ist halt ein bisschen Farbe da. Dann sind auch diese Sterne im Hintergrund und diese Querstriche, einfach damit es halt nicht einfach nur eine solide Farbfläche ist. Und dann halt dieses dunkle Grau oben in der Ecke, damit der Hintergrund halt auch nicht komplett einfarbig ist. Dass da halt so ein bisschen was Interessantes ist, auch mit diesem türkisfarbenen Strich, der einmal quer durchgeht. Warte, lass mich gucken, wie der gefaltet ist. Nein, leider ist der größere deiner. Dann nehme ich ihn rein. Es ist ein meiner, den habe ich schon angefressen. Nimm gefälligst deinen Weihnachtsmann. Ich erkenne doch meinen Schokoweihnachtsmann, wenn ich sehe, wie der gefaltet ist. Meiner ist nämlich ordentlich gefaltet. Ich erkenne doch den größeren haben. Süß. Gibts zu, du willst nur den Weihnachtsmann essen, den ich angeknabbert hab. Da ist der gute Swingersapper drauf. Ja. Aber ja, Layout eher ein bisschen schlicht, aber trotzdem mit Details. I like that. Ich hoffe, er schmeckt. Ansonsten haben wir auch noch einiges anderes an Schokolade drüben. Faszinierenderweise kriege ich das immer noch gestapelt unterm Tisch. Sollte nur mal Melly von der Spitze wegpacken. Die hat doch schon Level 35. Juna. Aber Juna lernte, glaube ich, noch irgendwas und dann wollten wir sie auch entwickeln. So, du arbeitest hier und bist aufgeschmissen. Was haben wir hier noch? Möchte ich wissen, warum die hier überall eigentlich diese Türen eingebaut haben? Nein. Wahrscheinlich für Notfälle. Hat nur irgendwie nicht so ganz funktioniert mit diesem Überfall. Guten Tag. Was ist, wenn es eben wirklich so ist? Eigentlich sind das alles durch diese Sicherheitsschleusen, die zugehen, sobald wirklich ein Überfall ist. Hat nur in diesem Fall nicht so gut funktioniert. Ja doch. Team Rocket hat das Silvko überfallen. Dementsprechend haben sie die Schleusen zugemacht. Siehst du das Gesicht in seinem Gesicht? Also in seinen Zähnen? Und dadurch, dass sie überall die Türen zugemacht haben, kommen die natürlich auch nicht überall hin. Aber die haben vergessen, dass überall die Teleporter sind, um leichter in die Räume zu kommen. Aber da gibt es hier auch immer einige Räume. Und da kommen sie halt nicht rein. Okay. Jetzt gehst du natürlich in die Luft. Du mich auch. Okay. Ich hab gesagt, ich überlebe es so easy, weil es immer um... Dingen zu wissen. Elektroballer, aber es ist ein Volltreffer-Botschung, einfach ein bisschen weh. Schon, ja. Es ist blüsch. Es ist blüsch. Gebirn. Dieses Mob-Mob machen ich immer noch fertig. Warum? Guck dir mal die Köpfe an. Der eine ist traurig, der andere keckt ein bisschen rum und versucht nebenbei auch traurig zu sein. Schon, ja. Jetzt kann Alex auch mal wieder was machen. Weißt du, Alex auch? So würde ich versuchen anzumachen. Schon. Hallo? Ich hab da so einen traurigen Polzner an meiner Seite, aber... Na, wie wär's? So ein Abend zu dritt? Er ist nicht mein Typ. Sag ihm das nicht. Wieso wird der andere noch trauriger? Das war irgendwie ein kurzer Auftritt von Yuna. Aber ich glaube, mehr ist hier auch nicht, also kann ich mich auch heilen gehen. Kurz nochmal hier gucken in der Ecke, aber ich glaube, die hatten einfach nur ein Faible für lange Korridore. Mal gucken, ob sie sich heute noch entwickelt. Das wär ganz cool, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich so viel Level hier drin bekommt. Ich weiß nicht, ob sie das Gebäude mehrkundensböglichkeit und das Schleid und Schleid zusammen. Oh! Also alles. Der leise... ...mein Spiel zusammen. Der leise Diss im Hintergrund. So, Schwester Joy. Gib nicht auf! Was? Toastwaffeln? Was sind denn Toastwaffeln? Waffeln, die man getoastet hat? Interessant. Äh, zwei hatten wir gerade, dann nehmen wir jetzt drei. Eigentlich mag ich Aufzugfahren ja gar nicht so gerne. Also nicht, dass ich irgendwie Platzangst da drin hab oder so. Ich meine, es gibt diese ekligen kleinen Fahrstuhl, die glaube ich keiner mag. Aber ich mag dieses, äh... Ja, Gefühl nicht, wenn der Fahrstuhl stoppt. Also wenn der quasi abbremst. Ich krieg da immer in dem Moment, wo es passiert, irgendwie ziemliche Kopfschmerzen von und mir wird dann auch immer so ein bisschen übel. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, sondern einfach dieses, wenn der anhält. Wenn der halt fährt und dann stoppt. Das ist immer so, äh... Sehr unangenehm. Genauso wie wenn ein Flugzeug startet oder landet. Mag ich auch überhaupt nicht. Oh mein Gott! Noch jemand, dem es so geht! Du bist ja auch mein Klon, Leo. Aber ich bin froh, dass ich damit nicht alleine bin. Ich weiß nicht, es ist einfach unangenehm. Aber haben auch nicht alle Faschle tatsächlich. Es gibt auch welche, bei denen ist das in Ordnung. Aber ich glaube, gerade bei den Älteren ist es manchmal echt unangenehm. Was hast du da getan? Schokolade für die Arbeit mitnehmen. Aber du kannst doch keine Schogetten entwenden, bevor Kai da war. Ich habe hier noch eine zweite Packung davon. Ach so. Haben deine Arbeitskollegen sich die Schokolade auch verdient? Ja. Ich habe noch die Überschrücken geschoben. Okay. Sag mal, als ich vorhin angerufen habe, ne? Ja. Welcher seltsame Mensch hat da so schrill plötzlich im Hintergrund geschrien? Das hat mich richtig erschrocken und die Schweinchen auch alle, weil ich das auf Lautsprecher hatte. Ihr habt ein Kind im Hintergrund. Wisst ihr, ich bin nach draußen gegangen bin. Ich habe mir die anderen telefoniert, habe ich euch ja erzählt, wegen Akechi. Und plötzlich höre ich nur im Hintergrund und ich habe so Hä? Was ist jetzt los? Deswegen hast du da kurz gestoppt. Ja. Aber ne, ich dachte, es ist gerade ein Kind vorbeigelaufen. Boah, Kind. Das war ich. Ach so, Steve. Äh. Da ist schon wieder Ender. Ja, Team Rocket hat die Kontrolle überlor. Überloren? Ja. Übernommen und bald wieder verloren. Das wollte ich damit sagen. Vielleicht auch das. Hm. Aber sag mal, ich habe das schon erzählt mit dem Anruf. Meine Theorie war, weil du wirklich nach dem ersten Bimmeln schon am Handy warst, dass du instant drauf geguckt hast, meinen Namen gesehen hast, den Kunden vor dir weggeschubst hast, über den Tisch gesprungen bist, nach hinten gerannt bist und ans Telefon gegangen bist. das war die Wahrheit, oder? Ja, natürlich. Was war die alternative Wahrheit? Du standst gerade sowieso hinten rum und hattest nichts zu tun? Ich hatte Pause. Ich hatte Pause, mein Handy lag vor mir auf dem Tisch. Dann habe ich gesehen, Sven, der ruft an. Hi. Hi. Es war schon viel zu simpel. Fand ich auch. Ich rufe halt Jan nie auf dem Handy an. Also, wirklich nie. Dementsprechend, äh... Es ist no calling, man. Wenn ich dann doch mal anrufe, dann ist halt schon wichtig und nicht nur für Smalltalk. Für alles andere kann ich über eine Nachricht schreiben. Hast du das gelesen mit meiner Mutter? Wie mich gefragt hat, ob ich aufs Bett gefallen bin? Ah, doch! Weil ich um 8 Uhr morgens angeblich Pokémon gespielt habe, aber eigentlich warst du das. Ich habe gar nicht Pokémon gespielt, hab die Switch angemacht. Das hat ja gereicht. Aber ich muss noch deinen Rapper wieder herstellen. Das ist nett. Hast du alles zurückgesetzt? Ja. Also, falls dir Programme fehlen seit dem letzten Mal, dann weißt du, wo die sind. Ich habe nicht festgestellt, dass mir irgendwas fehlt. OBS war da. Ja. Das wäre richtig. Wir haben erst versucht, die Updates zu deinstallieren. Hat nichts gebracht. Das habe ich das Ganze einfach wieder zurückgesetzt, das ganze Ding. Nice. Dann hat es wieder funktioniert. Einfach so, okay, stream... Wo ist mein Streaming-Programm? Wo ist mein Spiel? Wo ist alles? Ja, das Geräusch von Säure ist auch godlike. Oh, 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 oh. Ja, der Motion ist auch nicht besser. So. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nein. Er hat sich einfach in diesen Raum eingeschlossen. Gibt es eigentlich... Gibt es eigentlich so arme Seelen, die tatsächlich versuchen mit den Teleportern in diesem Gebäude voranzukommen? Oh Gott. Das war so, als ich zum ersten Mal gespielt habe, habe ich die Teleporter schon ignoriert mit dem Hintergedanken. Ich kann sie ja später noch ausprobieren. Und da habe ich festgestellt, dass ich sie gar nicht brauche. Du bist auch zwei. Ja. Okay, haben wir das auch. Nein, ich doch nicht. Selbst die Palmen sehen hier nicht gesund aus. Ich möchte auch eine Palme haben, aber Palmen sind teuer. Was kostet so einer? In der letzten Säule im Baumarkt, die Kleine, hat glaube ich 20 Euro gekostet, aber du kriegst auch genug Palmen für 200 Euro, je nachdem, wie groß du die haben willst. Wenn du so eine... Das kann ja dein Metapalme in unserem Wohnzimmer haben. Die hängt ja noch oben bei den Leuten über uns im Wohnzimmer. Nee, aber wenn du so eine Palme für die Fensterbank kaufst, kommst du mit 20, 30 Euro bestimmt irgendwie hin. Die Frage ist nur, wie lange die hält. Wenn du eine etwas größere Palme kaufen willst, ja. Schuldet Melli nicht immer eine Palme? Melli schuldet mir noch immer eine Palme, das stimmt. Ich weiß den Kontext nicht mehr, aber Melli schuldet mir tatsächlich eine Palme. Für mein Büro. Ihr müsst wissen, ich habe bei mir in der Agentur eine Palme neben meinem Schreibtisch, die heißt Palmina, und die ist sehr einsam, weil neben ihr noch Platz ist, der nicht gefüllt ist und dementsprechend hat Melli mir versprochen, mir eine Palme zu kaufen. Aber sie hat es immer noch nicht gemacht. Das finde ich sehr traurig. Ja, auf den Jaffan hat er kein Buch bringen. Nein! Chrissy wurde weggecrittert. Sie hätte es überlebt. Jetzt muss Alex sie retten. Ich wollte Rechen sagen. Vielleicht auch retten. Ich meine, hier in der Wohnung muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte keine Ahnung, wo ich noch eine Palme hinstellen soll. Wenn ich mal irgendwann hier ausgezogen bin, dann nehme ich auch gerne noch mehr Palmen entgegen. Das hätte ich eigentlich mal machen sollen. Nicht schickt mir Dominosteine, ich hätte sagen sollen, schickt mir bitte Palmen. Weil ich einfach so zehn Palmen hier stehen gehabt. So, ich bin jetzt, warum habe ich jetzt die Treppe genommen? Es war jetzt vier oder so, wo ich gerade war. Hof in den Jaffan zumal.